so ein herzliches willkommen zurück zu minecraft mit den ganzen verrückten leuten ja wir haben uns ja kurz um knapp eine neue map haben uns dann jetzt rausgesucht warum und wieso das können ja gerne mal hier axel erklären weil und und auf jeden fall ralf noch erklären weil das fangt mehr oder weniger deren einfall dann auch eine neue map zu machen also das ding ist wir mussten machen weil dieses bei uns oplenty dieser mod wohl auf der alten welt noch gar nicht aktiv war was wir erst im nachhinein gemerkt haben und um die biome jetzt nutzen zu können mit den ganzen items und co haben wir uns kurzart entschlossen eine neue map zu machen und hier sind wir jetzt nackig über sind und gott uns geschufen hat und versuchen zu überleben ja genau das ist dieses feuerwerk alles was er jetzt bezüglich pflanzen und so kriegt bitte direkt zu mir ich pflanze den ganzen scheiß direkt ja ich habe baumwolle gefunden okay ich habe auch gar nichts gemacht sehr geil feuchtes gras okay ja das hat wir zum beispiel auch noch nicht nach oder bei uns oplenty das ist neu wir sind hier hinten vögel gab es die vorher auch schon ja ja okay ist mir jetzt gerade erst mal erst aufgefallen ich habe nur noch um die fünf hungerbalken oder so sollte man langsam mal um ihn bekommen dass wir was schlachten ja ich brauche irgendwie mal da ist direkt so eine ohrsuppe sind die anderen weg tiger leck dich selbst an der eier oder was du machst ist mir egal typisch katze blog auch noch nicht gesehen schön echt nicht ich habe es glaube ich auch nicht sieht man nie alles jetzt noch meine ganzen geilen hüte weg ja hier kommt eine relativ große wiese da sollten wir mal hin pilgern ja die habe ich eben schon gesehen also gerade schon aber aber ja nicht durch mich durch ein geist unhöflich hier sind hüte ich habe ein tut tut es und da war eine oberfläche ja genial direkt hier diese sojabohnen und gemüse eibisch zum anpflanzen sehr gut schatz haben wir den ganzen kack jetzt gleich bei mir einmal und dann pflanze ich direkt alles an ja es hat kurz gelegt ja das habe ich auch gerade immer wieder es lag wieder ja es lag wieder das ist halt weil die welt gerade neu sich bildet und so verstehst du mich wir sind enten und schweine auch schon jetzt aufgenommen jetzt ist daher creeper 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 ich habe noch drei hungerbalken ja ich habe großes schweinefleisch aber das nützt mir gerade nicht viel dann erst welche von den früchten die er doppelt findet ich habe gar keine früchte gefunden nach dem laufen da will ich hin da will ich hin da stehen bäume mit lila alles klar gott der herr cool aus hast du erbsen schon ich hab soja bohnen ich brauche auf jeden fall gleich was zu essen kürbis und winterkürbis so sucht euch jetzt mal bitte einen platz wir brauchen jetzt erstmal platz fürs erste haus leute hier unten frühstück hier sieht es doch erstmal ganz vernünftig aus hier gibt es auch ganz viele baum leute ich weiß gar nicht wie die heißen genau nur ein stückchen weiter quasi geradeaus wir haben keine besondere biebung oder was gemacht wer baut hier direkt eine fliegende kiste auf das war ich aus versehen so ihr kümmert euch um alles und ich kümmere mich ums essen ich merke gerade ich benötige holz ja ich hab nix zum abbauen nix zum irgendwas machen ok bei mir lektet aber gerade noch ziemlich wir haben alle gute verbindung ja das ist der server muss ich erst mal fahren wir kommen nicht darauf klar die ganzen biome zu laden oh hier ist aber ganz schön viele von diesen baum leuten alter was ich töte dich ziege offenbar nicht die scheiß ziege tötet mich hau doch mal mit drauf hier ich hab das ganze essen in der tasche man guck mal ich hab dich gerettet hau ich hab dich gerettet dankeschön oh das biome ist aber schön mit den ganzen bäumen mit diesen ganzen farben ja das meinte ich ja da will ich schildkröten ok wo seid ihr ungefähr ich muss euch wieder einholen wir sind bei minus 618 und äh 1406 ok danke äh habt ihr noch alles jetzt äh wer hat noch was zum anbauen bitte alle mal zu mir ich hab noch aber ich sterbe wahrscheinlich gleich ich weiß nicht wovon ich angegriffen werde die nehm ich kein vieh das hinter mir her ist ok es gibt äh mittlerweile so kleine ehrlichter die blitzer auf einen draufschießen nein nein kannst du geh mal her die sachen ja ich bin doch grad dabei was ist denn los mit dir ich weiß nicht was du brich jetzt töten ich bin tot krokodil 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 obwohl da noch nicht mal ein krokodil ist doch egal auch nicht so ähm jetzt brauch ich eine holzstaufel und eine holzhake oder direkt mehrere von diesen holzhaken hier sind schonmal stickys ich kann damit grad nix anfangen hier hast du holz es gibt keine holzhacken nein das ist nicht euer ernst jetzt oder das ist so npc scheiße ist das wo du die befehle kannst alter es verschwinden sachen ich hab die holzblätter nicht bekommen du müsst mindestens eine steine oder eisenhacke machen ja ich brauch einen stein ähm was schlecht ist weil ich auch kurz vorm sterben bin wer braucht stein ich hab hier drei pflastersteine oh gib mir bitte welche da ich hab direkt da oben gemacht äh ich hab vorwärts gefunden was zur hölle was hast du gefunden ey die holzplanken und die steine die ich mir hingeschwissen hab die sind einfach despawned echt jetzt ja boah das ist doch nicht normal ja ich ich kann nichts machen so ich kann sowieso grad irgendwie nichts machen weil äh ich hab nur noch zwei äh bei mir läuft das klein schon leute wenn ich euch finden würde könnte ich euch ganz viel essen mitbringen ich hab unterwegs gesammelt ich finde euch aber nicht wer immer hunger hat hier sind noch drei steaks drin mach mal ähm er drückt mal y und dann wählen und dann wegpunkt und dann neu und dann äh bei standort da gibst du bei x minus 604 ein habe ich bei z 1412 dann speichern weil dann kommt kannst du nämlich zu uns laufen ich wollte ein schwert oder sowas ich will schafe erlegen fällt gerade was ein ja ich bin voll in die falsche richtung gelaufen ähm leute ja in dem biom hier habe ich so äh ähm kies mit metallen drin gesehen warte ich bin mal ganz kurz weg ich wurde gerufen okay ähm wenn jemand kies mit eisen drin findet oder sowas dann bitte mal ab ja